Liebe Svenja, lieber Martin, liebe Gäste, wir heiraten. Das waren die Worte auf der Einladungskarte, mit der wir heute hier eingeladen wurden und so freue ich mich mit Ihnen, mit euch gemeinsam diesen wunderbaren Anlass hier gemeinsam zu feiern, in dieser wunderwundervollen Umgebung vom Schloss Ikling. Ich meine, ihr wart ja schon am 7.6., also letzten Monat, auf dem Standesamt. Ihr habt dort eure Ehe offiziell registrieren lassen. Svenja, du hast dabei deinen Nachnamen Burg zugunsten des gemeinsamen Namens Schmidt eingetauscht und damit habt ihr eine weitere Gemeinsamkeit in eurem Leben geschaffen, denn durch die gemeinsame Unterschrift habt ihr ein deutlich lesbares, vor allem aber deutlich hörbares Zeichen eurer Zusammengehörigkeit gesetzt. Förstkrug dafür! Spannungsgrupp vom Hospitating Hermann Unsicherheit Spannungsgrupp vom Motives Kind vrai warfare Begrunster Gäste Fun respectfully Heute sind wir hier wegen eines Versprechens, wegen einem Versprechen, mit dem ihr euch noch enger aneinander bindet. Und ich meine, ihr gebt euch dieses Versprechen nicht heimlich irgendwo zu Hause. Ihr tut das hier in aller Öffentlichkeit, vor allem die Menschen, die euch lieb und wichtig sind. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, ebenfalls dieses Versprechen zu bezeugen. Und stellvertretend für alle Gäste habt ihr die Jelis Logen und den Tobias Weidlich zu euren Trauzeugen gestellt. Ich habe jetzt hier folgende Schnur. Ich werde jetzt gleich die Ringe hier vorne ansetzen. Und die Ringe werden an der Schnur entlanglaufen. Natürlich haben Sie kurz die Gelegenheit, sich die Ringe anzuschauen. Aber ich möchte Sie um Folgendes bitten. Wenn die Ringe bei Ihnen sind, bitte nehmen Sie die Ringe kurz in die Hand, in beide Hände. Und all das Gute, das Sie den beiden mit auf den Weg geben wollen, wünschen Sie bitte in die Ringe hinein. So dass die guten Wünsche das Brautpaar ihr Leben lang begleiten. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, hier vorne steht eine Kerze. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber es ist so, dass eine Hochzeitskerze eigentlich schon seit dem frühen Mittelalter bei Trauern verwendet wird. Damals war der Gedanke dahinter ganz einfach, dass mit dem Entzündende Kerze die guten Wünsche in den Himmel steigen, dass die in Erfüllung gehen. Und so bitte ich euch nun zum ersten Mal heute, diese Kerze zu entzünden. Und wann immer ihr es braucht, oder zum Jahrestag, dann ein weiteres Mal. Beide zusammen. So eine Hochzeit war in der Vergangenheit immer eine Selbstverständlichkeit. Das werden viele von Ihnen noch kennen. Man konnte nicht einfach so jahrelang oder so zusammenleben. Und das ging nicht. Besonders die Frau galt dann als anrühchig. Die Zeiten haben sich geändert. Welch ein Glück. Heute ist es also die freie Entscheidung des Paares, ob sie heiraten wollen oder nicht. Und ich finde, da stellt sich jetzt schon die Frage, warum heiratet ihr eigentlich? Die Frage habe ich den beiden Sicherheitshaber vorher schon mal gestellt. Ich habe jetzt folgende Antwort mir daraus zusammengebaut. Wir sind so viele Jahre zusammen, möchten jetzt den nächsten Schritt gehen, um weiterzukommen und weiter zusammenzuschmelzen in unserer Beziehung. Wir möchten auch unsere eigene Familie werden. Und damit ist die Hochzeit ein guter Grundstein. Und natürlich, weil wir uns lieben. Eine wundervolle Antwort. Dort war wirklich nahezu alles drin. Aber ich glaube, das Wesentliche haben wir am Schluss dann doch noch rausgehört, worum es wirklich geht. Nämlich aus Liebe. Schicksal ist, wenn man etwas findet, was man nicht gesucht hat und dann feststellt, dass man nie etwas anderes wollte. Ihr habt euch nicht gesucht. Und bei dem Finden war der Papa behilflich. Der Grund, der Grund aber, warum wir heute hier sind, ist, weil ihr nie etwas anderes gewollt habt. Lieber Svenja, lieber Martin, so wünsche ich euch, dass dieses Schicksal euer Leben erfüllt, die Hand immer über euch, über eure Liebe und über eure Familien hält. Wir sind hier wegen eines Versprechens und wir sind soweit. Ich darf Sie dazu alle bitten aufzustehen und die Trauzeugen zu mir mitsamt den Ringen. Wir sind hier wegen eines Versprechens und so bitte ich euch nun, euch gegenseitig euer Versprechen abzulegen. So, ich nehme dich zu meinem Ehemann und Partner mit. Ich werde dich immer lieben und dir vertrauen. Ich verspreche dir, dass ich jemand da sein werde, wenn du mich brauchst. Ich werde dich jetzt mal unterstützen mit allem, meine Kraft. Ich werde dir helfen, meine Ziele zu erreichen. Ich werde dir immer geduldig zuhören und ich werde dich immer errufen, denjenigen, was du vorhast. Ich werde dir immer treu sein, in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Du bist mein bester Freund und ich werde dich immer lieben und respektieren. Ich freue mich, mit dir an meiner Seite und unserem gemeinsamen Lebensweg zu streiten. Bis in alle Ewigkeit. Ich liebe dich von ganzem Herzen, zu dem ich dich bin, Martin, als meinem Mann. Und bei diesem Ring ist das Zeichen meiner Liebe und meine Liebe. Liebes Lenya, ich nehme dich zu meiner Ehefrau und Partnerin im Leben. Ich werde dich immer lieben und dir vertrauen. Ich verspreche dir, dass ich immer da sein werde, wenn du mich brauchst. Ich werde dich immer unterstützen mit all meiner Kraft und ich werde dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Ich werde dir immer geduldig zuhören und ich werde dich immer ermutigen in dem, was du vorhast. Ich werde dir immer treu sein, in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit. Du bist mein bester Freund und ich werde dich immer lieben und respektieren. Ein Leben ohne dich kann ich und will ich mir nicht mehr vorstellen. Ich liebe dich von ganzem Herzen, so nehme ich dich, Svenja, an als meine Frau und trage diesen Ring als Zeichen meiner Liebe. Ich freue mich. Svenja und Martin, ihr habt euch nun gegenseitig ein Versprechen gegeben, ein Versprechen, mit dem ihr euch aneinander bindet. So steht dieses Band für eure Verbindung, eine Verknüpfung, die nicht fesselt, sondern freimacht und stärkt für das gemeinsame Leben. Ihr nehmt einander an mit der Vergangenheit und der Zukunft, mit den Stärken und den Schwächen. Eure Ehe ist geschlossen durch euren eigenen Willen. Bleibt euch selbst und eurem Willen treu. So wird eure Ehe dauern bis in alle Ewigkeit. Svenja und Martin, durch euer Versprechen seid ihr Mann und Frau, Frau und Mann. Und als solche dürft ihr euch nun küssen. Liebe Svenja, lieber Martin. Ich wünsche euch ein Leben ohne alle Sorgen und Traurigkeit und stattdessen mit viel Freude, Gesundheit und Liebe. Ich wünsche euch, dass ihr nie allein seid und dass ihr immer aneinander habt. Ich wünsche euch, dass euch die Hoffnung nie ausgeht und ihr immer wieder gute Einfälle habt, die euch weiterhelfen. Vor allem wünsche ich euch, dass eure guten Freunde und eure Familie euch nie alleine lassen, wie heute an diesem Tag. Und ich verspreche euch schon mal, dass ich immer für euch da sein werde, was immer ihr mich braucht. Wir kennen uns jetzt seit einem Jahrzehnt knapp. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, als dein Trauzeuge Martin, Liebe für euer Leben, Leidenschaft, Treue. Vor allem auch mit Tessa und ihr ganz viel Spaß. Ihr zwei oder auch ich stehe voll hinter euch und wenn irgendwas ist, ich bin für euch da. Und ein Spruch hat mir echt gut gefallen heute früh. Das war, ist super spießig, super geschwollen, aber Liebe heißt, lieber heimzukommen als fortzugehen. Das fand ich eigentlich ganz cool, ja. Liebe und geliebt zu werden ist wohl die tiefste Sehnsucht des Menschen. Wir wünschen euch, dass eure Ehe von Ehrlichkeit geprägt ist, dass ihr nie vergesst, den anderen Wert zu schätzen, dass ihr Veränderungen im Leben Hand in Hand meistert und auf allen Ebenen zusammenhaltet. Lasst euch gegenseitig frei, auch wenn ihr gerade einen Bund eingeht. Wir wünschen euch, dass ihr euer Leben gemeinsam mit euren zukünftigen Kindern so glücklich wie möglich lebt, wie es nur geht. Ihr zwei habt euch gefunden und zwar nur euch, da geht es nicht um andere. Ihr seid euren Weg gegangen. Ihr zwei seid heute hier, weil ihr euch das Jahrwort gegeben habt. Das schönste Geschenk habt ihr euch schon selber gemacht. Liebe Svenja, lieber Martin, ihr habt euch nun gegenseitig ein Versprechen gegeben. Ihr seid als Mann und Frau verbunden. Und das ist nicht irgendein Versprechen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es das wichtigste Versprechen ist, das sich zwei Menschen geben können. Und ihr habt sehr viel Zeit, sehr viel Mühe in den heutigen Tag, in dieses heutige Versprechen investiert. Daher habe ich jetzt noch eine kleine Bitte an euch. Ich bitte euch, investiert bitte genauso viel Zeit und genauso viel Mühe in die kleinen Versprechen des Alltags. Die Versprechen, die ihr euch dort sich in Tür und Angel gebt und betrachtet bitte jeden Tag eures gemeinsamen Lebens als einen ganz besonderen Tag. Dazu wünschen ich, dazu wünschen wir euch alles Gute und dass das Brennen füreinander nie verlöschen möge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.